Rieferungsketten noch drauf. Guck doch mal, aber da hat sich auch so Regenwasser verbrüllt. Stahl ist das hier. Heben kann. Er kann heben. Das ist Stahl. Stahlbieter, wie ich jetzt auch hab. Guck doch mal, Papi. Jetzt sind die Rohren wieder über. Aber da fehlen doch welche. Da fehlen doch welche. Die werden aufgebaut. Das können wir da nehmen, Papi. Wird eine super Wasserleitung. Aber da fehlt noch ein Stückchen mit Ohren. Guck doch mal, Papi. Noch ein Rohr für dich. Aber jetzt sind ja nur noch so welche da, die so aussehen. Wenn wir mal wieder Baustellen machen wollen, können wir ja die Brücke weiter bauen, Papi. Dafür brauchen wir auch so welche, Papi. Würde ich so gern. Komm schon Wasser. Wir haben die Wasserleitung neu gelegt. Wasser Marsch. Wasser Marsch. Wasser Marsch. Da kommt auch Wasser. Guck doch mal, da kommt Wasser. Hä, da. Guck doch mal. Was ist da los? Was ist da los? Da müssen wir bloß auch über die Rampfer ein paar Rohren machen fahren. Was ist da los? Was ist da los? Ich kann das Wasser abholen für den Beton. Es zieht in die Trommel. Was ist da los? Guck doch mal, Papi. Jetzt wird's durchgemischt. Wie gut. Jetzt ist wieder ganz schwer, weil da ist schon so viel drin. Das kannst du, Papi. Weil ich kann nicht so viel.